Der Fenflin Der gerne scheißt, wie er jetzt schon bemerkt Was, was wollen wir spielen? Wollen wir jetzt schon gleich sich äh, Duo Arena oder erst Duo? Na klar! Duo Arena Arsch! Mir fehlen noch 19 Punkte, come on, Digga, come on! Ich fehle noch 21 Ja, weil du no handpist Du Bimbo So Das Gute ist, ich sehe rechts gleich den Chat, Junge Ja Das ist wirklich gut Hast du aber weniger wirksam Was? Hast du weniger wirksam? Och nein, doch nicht auf meinem Fernseher, du Vogel Auf meinem PC Laptop mäßig Verstehst du? Ich hab schon wieder zwei Likes Aber noch einen Zuschauer Diese Logik immer Diese Logik Ich versteh sie nicht Digga, ne Ich hab' Logik ist wieder am Start, Digga Oh, 200, 3, 76 So, wo wollen wir hin? tricks Was hast du mal so? Ah ja, wieder unsere Tackd Tai我就 unsere super Taktik fahrt das Springer zum Ausdruck und muss noch mal holen und zu untermachen das ist der Euro der Ruhl und Lohol und Lohol und LR die Welt dahin oder lieber nicht der Euro Lohol und Lohol und Lohol das müssen sich nicht für die Kürze der Ruhl und Lohol und Lohol und Lohol und Lohol Sto kein Borla und Karten den Ort so bei der Brunner kein Bruder wie heißt es ist am Lack wir haben viel haben wir so oder so Oh, blaue Tommy. Hey, mach mal bitte deinen Marker weg. Trinkt man noch kein Wege, ich habe Minis. Das ist perfekt, dass du ein Mini hast, weil ich habe, äh, Sloppy. No. Ein Sloppy. Ich habe eine Diesel. Nein. Ich habe einen Jumppad. Adi, das ist unser Win, wenn wir Jumppad haben. Glaubst du? Ja. Glaubst du, oder weißt du? Weiß ich. Ich fühle es. Ich bin Starbo. Ich liebe es. Adi, ich liebe es essen. Dein Lieblingsladen war, dein Stammkunde bist. Ja. Ich bin fliegt, ich bin richtig dick. Der dick so ist. Okay, wir haben, du hast recht, wir haben gewonnen. Oh, hast du ein Rift? Ja, easy. Äh, kannst du den mitnehmen? Ja, ich kann den jetzt noch mitnehmen. Aber kannst du, was hast du, nimm mal mit? Wo sind die Gegner? Ich kann den nicht mitnehmen. Du musst herkommen. Nein, ich muss hier looten. Ja, du musst aber trotzdem herkommen. Ich kann den Rift nicht nehmen. Ja, ich geb dir den mit dem Mini, dann kann ich den nehmen. Ja, ich kann aber jetzt kein Stein farben, denn. Ja, trotzdem, komm her. Kannst du ja danach machen. Ja, aber ich frag mich, warum die PS4 jetzt nicht mehr abstürzt. Ich mag hier mal den Rift. Ja, ich kann den Rift nicht mehr abstürzt. Kennst du den Clanlootwoll? Ich kenne die Pronunciation. Äh, den Clanlootwoll kenne ich nicht. Oh, ich kann den Rift, ne, hä, hä? Wo ist ein Tombola? Wo ist ein Tombola? Wo ist ein Tombola-gewer? Hä? Jetzt Not-Jobel hat ein Tombola-gewer. Wo ist ein Rift? Hab ich markiert. Ich habe Tom, ich hatte den Tombola-gewer. Äh, wo ist das? das ist passiert er war aber markiert ja immer noch mal die Tommola ist weg hier der Menü die Gap ich hab die Welt hat gar nicht mehr ich hatte Tommola gewählt ist weg nämlich halt die hier weißt du auch mein krasser Snipe es ist hast du ne MP jetzt oder? ja und ne Diesel ey ich hab jetzt 300 400 und 300 500 Holz äh was denn? oh hier ist noch ein Slur billiger aber der kommt für die gelössigkeit ja ich hab fünf Verbände ja dann ne gib mir die Verbände ich kann Verbände mitnehmen oder willst du die Verbände mitnehmen? hier ist Stein ab voll wo ist es log? wo sind die Verbände? ganz nennen wo ist es log? kann ich nicht mal mit dir hoch nehmen alter nee idiot ja ja tschüss 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 komm die sohne schon die sohne die sohne baut du mal bitte die Bäume ab du kannst sie abbauen auch du hast kein du hast nicht full oder was doch jetzt komm 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 lass uns runter zu dem ding nee jetzt will ich auch nicht mehr ist egal ob wir jetzt ein paar zonen schaden kassieren ist voll komm schnuppe hast du keinen Schaden kassiert? da ist ein Lagerfeuer oder? ja können wir uns nennen ja ist la und da sind auch Minis da unten drin für die 10 Verbände lass ich Minis liegen äh hä ne ich nehm die Minis mit naja hab ich auch gesagt ne ich hab gesagt für die 10 Verbände lass ich Minis liegen hab ich gesagt ne 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 ja grad sagen hier alter wir haben aber ich hab nein doch vorhin wollen wir danach na erstmal den Zürtel-Wund-Kanal und dann da Zürtelberg sind Gegner nicht dahin nicht dahin zieh durch komm zu mir Digga na klar gibt der mir noch ja Digga was ist er denn Digga ja wo bist du jetzt? hab keinen Bock mehr Digga komm zu mir komm zu mir komm doch her ich kann nicht dahin gehen Digga denn werde ich schon wieder abgeschossen ja das wie ich muss ja erstmal mit dem Wind-Wund-Kanal mit ja wenn nicht wenn jetzt die Gegner können ja Digga ja da die erste das weiß aber ja solches hier hat Antikyusen oder was die Hälfte doch ich schätze die US aber wichtig aber ich bin nicht so schnell wie Aladin auch geil alter der Gegner von letztes Mal fliegt weiter die Tore der Gegner immer mehr älter muss er jetzt raus so dass er gleich raus nach der Kurve muss raus nicht aber weiter vor Ort von der Gegner okay kann es kommt da war die B das ist auch nach oben nach oben da liegt die Städte auch wo die Reihen komm rein das muss los sein gibt es so der Kostomini trinkt ihn noch nicht jetzt war das Lagerfeuerkombelchen Rotz Leidiger er hätte ich schon Hör doch auf Alter Guckels Leben und das im Blick ist du hast im Blickskartiger äh erhält den Blick die Kläger krasser Gangster was los okay Ok. Zu dem Windkanal. Lass da hin. Hast du voll Holz? Ich hab nicht mehr voll Holz. Ich hab 500, 500... Komm bitte geh rein. Ja. Ey, bau da noch ne Platte, sonst kann das sein. Bau ne Platte dafür. Genau. Weil ich, das bei mir war das ganz schön knapp. Ich hab ja zu 500, 500, 360 Gegner hinter mir. Ja, ich seh. Das, das, äh... Ja, ich werd angeschossen. Werd angebüllert, krieg Scham. Alter! Ey, dass die Hurensohne einen immer anschießen müssen, Junge. Hä? Ich konnt grad nicht bauen. Komm mal zu mir, ich hab hier übel 10 geile Hacklitz, Alter. Holy shit. Lass es doch erstmal hier. Bisschen looten, Junge. Bisschen looten. Vielleicht finden wir hier noch Minis oder so. Ja, und jetzt wirst du angeschossen. Ne, ich werd nicht angeschossen. Ne, ich werd nicht angeschossen. Ich hab viel voll die geile Position. Ja, wir werden jetzt... Ja, wir werden jetzt... ...bisschen metallbeschwendet. Alter, nur wegen diesen Wichser hab ich jetzt so viel Minus kostet. Warum böllern die einen an, Alter? Ey. Ja, weil man da übel schlecht Scham machen kann. Und jetzt komm mit Turtel und Salz ein. So dämlich. Nur wegen so ne Hurensohne haben wir jetzt so viel Schaden kassiert, Junge. Nur wegen mir. Ja, ich bin ja durchgezogen. Ja, los. Gehen wir los, aber ey. Ey, ich komm hier nicht durch, Digga. What the fuck? Oh, oh. Geh ganz. Ah, sollen sie kommen? Hat mir ruft. Die sind über uns. Bitte haben die kein RPG. Die sind hier vor uns gelangt. Digga, guck dir das an, Digga. Das ist meine Stelle, Digga. Das ist meine Stelle. Oh, 2 zu 1. Hä, was? Ach nee. Oh nee. Für uns. Wirklich nicht. Wirklich kein bisschen. Oh Gott. So ein Stück in die Sauna, Alter. Wir gehen da hin, oder? Aber nicht mit Rift. Nein. Jetzt noch nicht. Pass auf, das kannst du manchmal nicht bearbeiten. Hast du nur Minis? Mensch, da hätte ich mir schon welche gegönnt, Alter. So ne Frage schon wieder. Komm, Merze. Schnell. Wenn wir hier am Eisbrocken. Wir sind hier nicht so, aber wir müssen ein Stückchen weiter noch. Ja, ach nee. Junge, klug scheißer. Das ist ein Gegner vor uns. Hier, hier, her. Ach, mit hier. Mit Storien. Ach, mit. Mit Storien bauen jetzt. Mit Storien. Ach, mit. Split mal alle deine Metz. Wie war das Splitten? Dauert auch acht Jahre. Ich hab jetzt 407, 420, 348. Passt. Ich hatte den Stein genauso wie vor. Sind wir Sauen? Oh. Ich guck mal hier die Aussicht. Oh, da vorne könnte man so easy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, mir ist einer. Och, ich hätte den grad so easy snipen können. Du hast es leider? Nein, äh, es, äh, es lasern ist. Ah, der baut ab. Oh, zum Glück, Digga. Zum Glück haben wir das nochmal geübt, Digga. Ja, geh rüber, geh rüber, geh rüber. Warte. OJ. OJs Willen. Guck mal hier. Ja, ja, mach ich. Wenn die eine Warhol haben müssen. Da sind die hartnäckig, Alter. Wir warten auf die nächste Saison. Jetzt er halt. Los, 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 die an die Wand, die an die Wand. Das checkt ihr nicht. Jetzt nochmal wieder. Fynn. Fynn. Alter. Also hätte ich da jetzt noch ein, äh, Dings kassiert, Digga. Wollen wir zum Newtok? Digga, es ist so lächerlich, Alter. Ah, lass das in Newtok. Es ist so lächerlich, Alter. Hast du nicht bekommen? Nicht nur ein, Digga. Guck dir das doch mal an. Das ist lächerlich, Alter. Ey, der eine hat einen Heavy-Sniper-Sniper bekommen. Oh, lol. Wahrscheinlich wird jetzt noch einer neu gestartet, oder? So, wenn hier jetzt zwei Slopes rauskommen, oder zwei Biggis, wäre das ich besser was versichere. Ach so. Ja, mach. Ja, Mann! Warte, ich mach mal das so. Warte, ich mach mal das so. Ach, mach jetzt auf, Alter. Mach auf, bevor er weg ist! Ach, du Vogel, Alter. Fynn. Alter. Regst du mich auf, Alter? ja ich liebe dich geht doch wenn ich so ein baby ich trinke ein mini ich trinke ein mini und ne ich trinke zwei minis gib mir gib mir ein mini gib mir ein mini gib mir ein mini oh Junge ist das eine schwere geburt hier mit dir ja ich weiß du hast 175 hin zur reichert und das passt so von übel slow life auf schon wieder gut naja halbgut live oh mein gott Adi ja da liegt kranker not oder oder wird sich jetzt schießt noch mit dem raum ich möchte gucken wo er hat das Ding ich sehe es nicht jeder hat jeder runter kann doch auf alter hör doch auf wir haben jetzt schon drei likes auf den stream was ist denn mit euch los der war gerne hätte es nach der gieber und ansonsten dass sich der glänzende denn da bin ich halten die und dann wollen wir runter bleib zu unten eigentlich könnten wir jetzt den top 7 bekommen oh nein ich hab ein jumppatch oder wollen wir gleich probieren zu gehen weil wir mit der sauen gehen oh ja man krass digga was ist denn hier los alter 281 wenn wir jetzt dritter werden hab ich mein allzeit rekord wieder gebrochen ich hab meinen rekord so oder so schon gebrochen ich hab 283 achtzig ja wo es sich schon wieder kreuz ist kreuz jetzt will sie hat drei gezielte Leute weil wir haben schon mal ich hielt er hat sich als er kommt noch so viel zu spät am lieb er hat er hat ihn die wenigstens wenn ich bin 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 noch nach geht nicht okay let's go wohin willst du und stein ich habe 504 hat 20 500 netzrad bekommen verlangen scheiße viel nützt dann lass mal gleich netzblitten ja warte ich bin ich hab noch alles kommt nicht gar nicht ich konnte mich gar nicht bewegen alter ok es wird los alles ja los alles blicken 368 275 464 ich versuche mal jemanden zu snipen aber wird schwierig nein probier das nicht lasst wenn die sau nächste saison rotiert soll ich hier jump head geben und ich äh willst du mit jump head hier geh mit jump head nee warte 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 ich geh mit shadowbomben gleich ja ok ich versuche noch jemanden zu snipen ja ich versuche es hinter uns der wird auch angebüllert hier ist einer was ich geb ihm 75er headshot er steht da nur so rum hol mich nein nein digga ey hättest du das nicht so dämlich hättest du das nicht so dämlich editiert alter nein ist doch scheißegal ja aber trotzdem hättest du das nicht so dämlich editiert nee adi es ist der größte bot ne er steht da rum guckt in die luft ja nee aber trotzdem 251 ja aber trotzdem hättest du das nicht so dämlich editiert ist egal wir haben 2 ja aber trotzdem trotzdem wir scheiß drauf nein ich aber nicht wie spät ist es ach so und eine Sache noch wir haben ja jetzt die drei Punkte bald ne ähm na wie ähm wie äh kriegen wir da jetzt eine Einladung oder so dass wir da mitmachen oder so oder wie geht das erzähl du erzähl du dann kriegen wir jetzt eine Einladung dafür dass wir das jetzt mitmachen oder nicht äh erzähl du bist du runde ja ich auch ich hab aber gar nicht bereit gedrückt jetzt erzähl mal wie geht es denn das kriegst du dann eine Einladung von denen oder nein 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 dann wird es einfach freigeschaltet dann kannst du spielen ah ja ah ja alter mach die scheiße aus alter junge dann die geht das ist ja nicht immer zum äh diese blablabla wie hühnchen mal dreist hier es wird gerade aber echt sollen probleme und die league das bitte nicht so scheiße alter aber ich ich glaube ich ich mich einfach in meinem viereck ja der stadt dann nur so afkarum konnte ich aber nicht wissen dass dem in 380er tausend gibt ich vor allem hier kann mir nur noch ein zehner geben maximal weil ich ganz wenig noch zu sehen weil trotzdem 80er hätte ich mit der richtigen waffe auf den geschossen also hätte ich nicht selber gab der stadt der stadt der stadt der stadt nur rum und du hättest dann eben jetzt drei meter daneben gezielt jetzt treffe ich ihn ganz knappe kiste aber der war knapp die trotz trotz dass dass wir halt so wenig punkte am anfang verloren also viel leben und beim ersten gegner ich komme jetzt hier ist grüß gott ich bin darum arwin ich bin 16 jahren ich komme aus hess sie gehen dahin wo ich jetzt hingegangen wäre jetzt müssen wir uns das hier das teilen ich teile gar nichts ein kannibale pass auf was machst ich fress dich auf aber du frisst er mich auf mit deinem mit dem kummer dem m so hat es mich ja durch die Habe aber wie überfall er ist ich war fast ich habe noch gar keine haupte bis jetzt oder so voll heiß von dem herzelt alter das ist bei mir auch immer ich habe ein gutes nicht so wie du ich bin ja nicht so arm wie du egal wie hat er es wie hat er es gekostet wie viel sagt 80 ja na klar digga dein gruppe headset alter pumpkin ohne tactical ja ich habe einen ping ich habe einen ping oh du hast einen ping ich habe auch einen ping und 60er was hast du so einen ping ich habe voll einen hohen m 28er aber das ist wieder ein Zeichen das heißt irgendwas ist gerade im Internet schief das Internet hat sich gerade schief gedreht der Werner Router schief gedreht aber heils flinderten 10 sind auch schief gib mal es im Schiff leise leise abo du sagst leise aber bau es hat die Lande auf unseren die Lande auf unseren ältesten doch die sind hier sei leise mann hör auf die sind über uns die sind über uns die sind über uns mann ja du sagst leise und bewegst Allah hast du mir ich bleib hier stehen wenn ich gebe ich dir einen guten Farmshot hab jetzt kein du sagst ja sei doch leise und selber baust du ab sei leise sei leise deine Stimme ist viel zu hoch oh gott einer kein blue life der schwarze ritter kein blue life der schwarze ritter kein blue life noch mal 31er der schwarze ritter das wohnschalt ja genau Junge was machst du du bist der größte von der Welt die Dame du kiemlich nö ich bin auch die muss ja erstmal weggehen pass auf der ist wohnschalt ja der hat auch einen Hit von mir kassiert hinter mir hä ja der eine ist komplett wohnschalt Digger was soll man denn da machen alter von zwei Seiten wieder mal und ich geb ihnen nur ein 38er weil ich diese wichspampe hatte alter 23 nee es boxt nicht wenn man nur auf so ne scheiß schwitzer geht alter Junge warum kommen die denn zu uns alter weißt du anstatt die einfach mal in Tilt landen wo die mal Kills machen können nein die müssen zu uns kommen na klar jetzt kriegen wir wieder zwei Punkte minus drei Punkte sogar super wegen so nen Wichspielern weißt du ja jetzt sind jetzt die Sniper die uns hier töten Junge hh 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 Hoch und 实 hh h ja h n f f h h das die das Ehe Klater Alter Hör auf du kleiner Anal-Sporten, hör auf kleiner Anal-Sporten sehe ich auch so Fendt 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 von Flynn Fendt von Flynn Fendt von Fendt Fendt von Flynn Rafa Katzenfleisch Fendt von Fendt Fendt von Fendt, wir gehen wieder dahin Ich geh jetzt woanders hin Nein, wir gehen dahin und wenn wenn der Gegner mitkommt Wenn der Gegner mitkommt, wenn der Gegner mitkommt, gehen wir haunter Haunzenl You understand me? Hey, do you understand me? Hmm Hello Hmm Do you understand me? Hund Ne, ich nehme dich nicht als Unterstand, Dosa Unter mir sind Leute Das ist ein Cookie Die gehen alle nach Dings Ja, glaube ich auch Oh nein, einer geht zu Ja, ein Duo geht da hin Hä, komm doch mit nach Haunted Oh, Haunted gehen irgendwie acht Spieler oder so Oh nice Nicht dahin, nicht dahin Da gehen auch welche hin Da sind welche, da sind welche, geh weg, da sind welche Er hat die Waffe nicht bekommen, er ist weggejampt Halt's Maul, Mann Halt's Maul, Mann Töte ihn, töte ihn, töte ihn Töte ihn Oh, jetzt ist er zu weit weg Oh, hättest du ihn gleich getötet Ja, ich hab ihn ja nicht gesehen I'm so sorry, Alter Ey, Mann, du Wichser, digga, gib den her Gib den her Alter Hat er den fast getrunken Arsch 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 ja finde ich hier dumm wichser halter Junge wenn ich es nicht gleich 5 Euro äh nee Spock zu anderen wir kriegen grad nur aufs Maul suchte man eine neue Stelle aus die sehr gut ist ja du sagst das da ich heiße Adi ich muss da hin wo 8000 Leute hingehen ins Film ihre nächste Runde nachher oder nach nach nachher die will ist ja nach nachgehe die gleich push die nicht ich will die perfekte ist ja den gleich da oder ich hab leider die pläude Vogel dann steigen die die denn werde ich bestimmt gestorben doch ich muss ja ich musste deiner ich jetzt zieh durch in den windkanal guck jetzt seiten sie nicht 5 euro gehe auf das morgen jetzt gehen den scheiß windkanal rein und verklapp ich dich dann verklapp ich dich gleich mal krieg auf die schnauze er kriegt mich nicht muss der geschniped die htl weil ich kenne nicht so kamer wie du er er hat geholfen für die europa der europa der europa er wenn da um jetzt gegner sind nach auch kein Hälbiger sich gelootet Lecker ob er noch zum Ende ist wenn es Edeka die Kommerleichter die Kommerleichter auch leider aus der Kiste wir die Karpur Städter geht und ist sie durch das Ziel durch denn was du findest doch bin ich bin adi muss mein ding machen juhu sechs punkte minus gemacht oder sieben sie neun punkte minus sechs punkte du vogel ja aber davor die runde ja davor die runde haben wir übelst viel gemacht digger vor die runde wollen wir da doch nicht die runde also jetzt davor sondern davor vogel kleiner kloppi unsere erste runde im turnier wohnen wir top 3 in der zweiten runde im turnier wohnen wir top 3 nachdem du weg machst also du musst immer weg gehen da sind die gegner ja ich die achten wenigstens schon ein bisschen mit fluss gemacht aber wenigstens was es leben noch 51 leute glaubt sie schafft das boah das hat auch so viel gebracht gehen im windkanal ach nee der schneller ich würde da unten sind auch noch gegen klar oder gar das ist es 2 ne digger ich kassier gar nichts weil ich es bin naja weil die gegner großen bots sind ne weil ich es bin ne ne der hat kein blue life mehr der vor dir ne ne ah du hast ja nicht mal ne pam ne dafür hab ich aber ne arkadiger jessisch die lieuten die lieuten der bringt dem nack auf ne ja wieso gehst du hierher jetzt kriegst du aber n laser wo denn du vogel also letztes mal letztes mal wo ich auf dich gehörte hab wurde ich getötet mal sehen ob es dieses mal genau so ist wir werden sehen wenn es umgeht sieht ja auch ungelootet aus ja du loch ist doch ohne gehen wir nach schiff ja alter hab ich auch ich auch irgendwie so ja ich hab's gesehen vogel ich wollte gucken ob da ein automat ist lecker genau aus dem grund habe ich mir den dings habe ich mir die minis aufbewahrt ich habe das ich habe das im voraus gewusst dass da was ist fünf zu eins gegen frankfurt also frankfurt am letzten spieltag frankfurt hat auch keine mehr damit es was ist vielleicht noch voll holz fahren packt er lasst die ganze schenke nach der sniper sein letzter ort ne der war will ich nicht alle alles mal passend generell der roten letzter ort ne der finde ich nicht wer hat den 200er snap gemacht fokken ein heavy sniper du hast gesagt alles mal was der letzte rotz außer die erwerbe wird ne hast du nicht gesagt oh lecker da ist noch mehr kotze also gleich müllermaschinen ganz auch müllermaschinen soll ich mit dem ja oder nein nein das nein du lässt das alles bleibt alles so wie es hier ist genau so überfall die an die schriftlich jetzt kennt die drohe anzeigen mit stimmeln weil du ein brot schweifte mann aus sie durch ja aus mit der Fischer den du bist aber geflogen die Vergegnung oder mehr noch ein paar auf den Hals setzen willst du auch der Leiter ja also, halt doch mal den Maul, Mann! oh, ich hab den noch einen 70er, den 175er, der hatte so wenig HP, Digga Alter, hättest du einfach mal den Maul gehalten, Alter, Mann ja ne, wie sollen die eigentlich schon wieder 4 Kills? Wieso hältst du nicht einfach mal den Maul? weißt du, dass ich die Gegend auch mal höre, weil du guck mal, du hörst so laut bei dir, so laut bist du bei mir, und dann hörst du gar nichts stehst du das? kannst auch gerne dein Headset aus deinem Maul nehmen und dann geht's los okay, Flint, ich weiß, wir könnten jetzt drei Punkte minus machen, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen offensiv, okay ja, und wir sind die ersten, die verraten, genau vielleicht soll ich mal einen anderen Skin nehmen? ja, ich sollte auch mal einen Skin nehmen holz klingelt, Alter, wer ist denn da, Leute? dann das wilde Einflug Vielen Dank. Hey Flynn, jetzt komm! Bewegt dich! Flynn, mach hin! Spring raus! Spring raus! Spring raus! Happy! Oder willst du da wieder hin? Ja, ich hatte eigentlich voll Bock dann zu gehen. Hey, was denn nun? Ja, wir gehen da hin, Mann! Ja, wir gehen da hin, Mann! Ich bin's gut! Ich komm mal zu dir, weil... Wollen wir nicht irgendwie Tonhalle gehen? Ja, lass uns Tonhalle. Nee, da sind Gegner, nee, da sind keine Gegner. Ich nehm die Tonhalle. Weißen Gegner. Ich nehm die Tonhalle. Ja, okay, ist egal. Guck mal, wie weit oben ich bin, Alter. Dann komm zu mir. Da sind zwei, glaub ich. Der hat sich ne MP im Automaten oder ne blaue, glaub ich. Der hat mich nicht gesehen, weil er schlecht ist. Richtig, Scherz. Danke. Ja, du bist jetzt. Ich mach auch ein Mini, drop mal. Drop mal, Mini, bitte. Hab ich doch! Alter! Zwei gegen einen schaffen oder bestimmt, oder? Ja. Ja. Oder ist man Korall. Äh, ne, das ist das, äh, was Chimex da immer macht, weißt du? Stell' mal vor, da ist einer, das ist der eine, das ist einer davon. Stell' das mal vor. Das ist... Kartei Letchi? Letchi? Nein, das ist einer von denen, äh, die sich einen neuen Account gemacht haben und jetzt auf 200 wollen. Ah ja. Äh, auf 300. Und dass man da Punkte kriegt, das ist das jetzt. Das ist jetzt einer davon. Jetzt komm. Ich versteh nicht. Komm, ja. Taktisch. Tete vor mir. Tete vor mir. Tete vor mir. Tete vor mir. Das sind zwei. Ja, ich hab's bemerkt. Kann die Bogen kommen, ne? Oh, der schieß mich auf. Kacke. Kacke. Naja. Naja. Wer wahrscheinlich... Hä? Hä? Ja, wir sind tot alter, ich spiel' doch keiner ja mehr. Sind wir von 281 Punkten? Komm' mir rein! Dann mach' auf. Ja, ich bin nur drinnen. Hast mu' Minis oder irgendwas an dem Kacke? Nein. nein 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 hat nichts zu bauen doch ist kein einmal aus dem 2 100 1 und 7 6 1 8 6 so so tief abrufen ja es ist halt nicht so der weg morgen an k der Tegas von der Mannschaft was soll man da machen wir haben beide die Tektik gewißig ich finde das Drecksdiegelung mit die Gelder Klarliger Ehe es ist so Mülliger so Mülliger die hatten nur eine Tonhalle Lerner 2 6 6 6 6 6 Wollen wir uns noch mal ein bisschen einspielen bevor wir das machen Nein Du willst jetzt weiterspielen? Ja dann gut gut Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen komm Ey oh sind wir dem ich wir wollten noch Schifte gehen Oh sind wir jetzt die ähnliche Kinder älter Oh ne älter Ne tut mir leid Ne raus Raus mit die Viecher Drückt die Daumen dass keiner mitkommt Ja ich hab schon wir haben schon 4 Likes auf dem Stream Leute Ehre Na Max Ja es läuft grad nicht so Max es läuft grad einfach nicht Ich weiß nicht warum Könnte auch daran liegen dass wir nur aufs Maul bekommen Was du so schlecht bist Weil die Gegner Weil die Gegner eben mal an unserem Spot hingehen Mann ich hab Sonnenbrand in der Fresse Und wie sonst was Ja Flynn Pecher Wenn ich den tanze dann bringt das Glück mit Angst an Das bringt Karma du musst Nein nein du musst Katzenfleisch schlagen Ich sag's dir Wir haben im wir haben im Sport Ja Da haben wir ähm Katzenfleisch Meine Katze denn du ruhig Fack doch aus mich Du bist dringend geworden Bistin Mare She is an emoji ok Hä wo Hä wo Na ok Na ja ok Ich geh battle boss Hä wo äh nein Äh ey guck mal wir haben wir haben äh in der Schule Ja aber da so Kissen äh Ja aber da so Kissen äh Ja so hat's gelernt Einfaches halt doch mal den Maul alter wir hatten in der Schule äh zwei Felderball Haben wir da gespielt ja Jetzt weiß ich nicht mehr was erzählen wollte Ne warte äh Äh warte kurz warte kurz Wer ist ja ob ich lachen soll oder ob ich ein Minuswetter was Über was haben wir grad noch mal gelabert Über Schule und Sport Ne über die Karte Katze Ja genau 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 Und immer wenn wir das gesagt haben also wir waren halt abgeworfen Immer wenn wir das gesagt haben Äh 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 und wir den Ball hatten Ja Und wir das gesagt haben Katzenfleisch ja Wir wir haben immer einen abgeworfen Nachdem wir das gesagt haben Immer Digga das ist das Zauberwort digga Ich hab 200 Holz 50 Steine und so Äh 200 Holz Keil Stein Ne AR Und Impulsgranaten Ich hab ne SMG in Grün am Funferband Wer ist und welche hier gelachen? Ja weißt du ob da Gegner sind? Ne Geil Ja Ich hab von keinem lang Ich hab von keinem lang Hälfte ist glaub ich auch keiner gelangt Na klar der Bar Oh blau MP Wir steigern uns lang Ich steigern uns lang Ich steigern uns lang Ich hab immer noch Ich hab schon mal blauer erdinger Ja Ich auch Ich hab blauer ah äh blauer MP Er redeploy Und fünf Verbände irgendwann auch Kann man voll gut Metall fahren find ich Hier sind Gegner Bei mir Bei mir komm her Komm her Ja Ja Einer ist so ein grab Komm her komm her moisture Noch geplaced Mann Hehehehe Das ist so ein Bot, Digga. Pass auf, der kommt da gleich. Ich hab ihn, ich weiß, hab ich ihn nicht gegeben, Digga? Ich weiß es gar nicht, Digga. Ja. Das ist so ein Bot, Digga. Das ist so ein Bot, Alter. Mann, ey. Ich hab das gebaut, aber er konnte es bearbeiten, oder was? Na klar, Digga. Ihr seidet. Ich hab keinen Bock mehr. Ich spiel mit dir kein Tournee mehr. Ich will mich jetzt einspielen. Ich hab da einspielen, ja. Kommt davon mal was Schlechtes. Ich bin eingespielt. Ja, du bist in der Spiel, Siegmann. Vogel. Na, hör mal noch. Na, sorry. Dass ich einer AR hatte, ja, kein Schild, und der Gegner von mir hatte 200 HP. Wo wir gehen, wir gehen jetzt mal auf Küls. Oh, ich will jetzt niemanden, anderen. Es geht mir gar nicht so ein Wix-Genehmer. Auch mal, jetzt schau mir das schon gar nicht. Warten, Scheiß. Ey, mach aus, sie scheiße, Alter. Gott. Kapierst du's denn nie, Alter? Ich hab mal geguckt, du fett, Bord. Denn stumm nicht dabei. Gott, ey. Und du fett, du fett, du fett. Oh, ich will jetzt Töchler. Und者. Und du fett. Währendst du's denn, ist das wandersprung. Und du fett, du fett. Und du fett, du fett, du fett, du fett, du fett. Und du fett, du fett. wir haben ja schon wieder sehr, der den hessigen Iconics spielne, alter, den Kotz. Ach ne, wir spielen ja kein Ding uns gerade. Nee, die verlasse ich, alter. Ey, was? Nein! Komm, wir gehen, äh, Ding. Ich verlasse, ich kann mich, nein, ich spiel, ich, ich spiel mich, ich kann mich in Papier nicht einspielen. Oh Gott, bist du ein Vogeljunge. Was kann man sich denn im Packbleck nicht einspielen? In Papelicke. Ja, weil du vielleicht genau so, vielleicht bist, wie die Gegner da. Das kannst du ja einspielen, ich aber nicht. Hm, na klar. Gott, ey. Okay. Ich will nicht meine ganzen Punkte kaputt machen, weil du die ganze Zeit das Wig spielen willst. Ja, vorhin war vorne bei 21 Punkten, die mir fehlen, das sind wir bei 31 Punkten. Ja, bei mir sind jetzt 29 Punkte. Ich hab vor zwei Runden gesagt, lass uns aufhören. So viele Punkte Minus gemacht. Du wolltest noch 300 Punkte heute schaffen. Ja. Du, nee, du wolltest ja nicht 300 Punkte schaffen. Nein, nein. Nö. Hast du nie gemacht. Heute 300 Punkte wäre nice, ne, hast du nie gesagt. Nach der Runde mach ich mal Essen, Alter. Hm. Ach, Alter, wir haben so wenig Zeit. Na, das schaffen wir eh nicht in einer halben Stunde. Also von daher 40 Punkten im Gefühl zu machen. Das sind 29 bei mir. Na gut, jetzt nicht mehr. Ja, 30. Wo wollen wir hin? Paradise, Digga, ne, Alter. Ich wette, mit der kommen wieder 1000 Gegner mit. Wann willst du denn in Solty? Ne, Alter. Oh, Alter, jetzt mach ich wieder drei Punkte Minus, Junge. Solty. Ja, da hin, Alter, Jo. Es ist er für dich. Da willst du jetzt hin? Hoffentlich kommst du den Gegner hin, Alter. Da sind Gegner zu 100 Prozent. Der Bus ist von da gekommen, du Idiot. Der Bus ist von da gekommen. Ah, das ist klar. Sehe ich natürlich auch so. Er kam da. Und du glaubst, da sind keine Gegner, ne? Ne, es ist nur wie so. So, die Koffer. Hier ist jetzt keiner. Na, ich sehe schon den ersten Gegner, Flynn. Super. Ah, ja, den geht's. Super gemacht. Ah, was mach ich mit meinem Ermittler? Echt super. Super. Ich könnte ihn easy holen, ne? Hofer für dich, hier ist kein Gegner. Danke. Blue-Messard auf meiner Seite. Scheiß-Spiel. geht wenigstens etwas mit dem blut etwas nicht wirklich aber etwas aber diese runde keine punkte machen und spielt das heißt ich bin weiter wenn wir diese runde wieso haben die anderen gegner die die größten wort sind immer acht geld und wir haben wohl liegt es daran dass wir irgendwie immer jeden fall aus dem weg gehen oder dass wir defensiv lassen dass wir defensiv lampen naja kuppel jetzt machen wir bestimmt wieder top 3 oder so in der runde das problem ist ich krieg schon wieder kein schild hier kannst du mir doch wir tauschen ging abgewehr wenn du kannst aber die schwelle wie sniper alter zum glück ist es nur du final du qualifikation zum glück bis heute noch nicht letztes mal so weiter schaffen wir heute im jahr 6 menschen habe ich doch ja nicht gesagt ich habe gerade gesagt zum glück ist heute kein solo finale der solo qualifikation vogel hör doch mal zu weit egal war alter wenn das überhaupt bis dahin schaffst alter ich habe eine woche zeit in einer woche davon bist du wie viele tage und zwei hast du schon mal schuld gefunden wenigstens hast du mir nicht so der bg ist ich hatte uns dann komm her ja genau ja ich habe das kommt hinterher hat weiß ich bin kein hellseher sieht nicht so aus ich komme zu dir und die sonne seiner marke ja die gehen die ziel durch die andere richtung ja du hast ja schon wieder 200 schild werden wer hat das ist wenn es nahe warum könnt ihr nicht einfach mal pilzer ohne mal zu meckern wässer die europäische neu ist es da sind keine pilze da sind pilze 1 ja dann können wir die doch mal dann hast du wenigstens schon mal 10 schild das wenigstens schon mal was besser da ist nicht mal einer oder bin ja du bist blind ja zu diesem schalte du sollst dich immer zum arsch der welt fliegen flimm wo warst du gerade und bei mir war ein gegner wasser neben mir ja pech gehabt alter muss ja noch drei stunden farmen junge was ist denn das für ein kack das kreis ja du bist und ja die von mir mit zu mir du zieht euch wenn es aber passiert da kommt es halt nicht in der luft wenn es jetzt kommen labern sie für gehen diesen fünf strom schalte ja mach ich auch kommen wir uns hinterher flogen oder bist du bitte die kommen zu der Hälschung also da war nicht hin Prozent nach links lang nach links lang und zwar nicht machen Jungs auch kein Baby-Sitter der mir alles aus dem Arsch sammelt um glaube ich schon wir haben zwei Kiste Grünschen erste Kiste schon mal kein DuLive Ah! Biggie! Nice! Wau mal kurz! Jetzt bricht er den ab als das Abalter Wo bist du? Soll ich zu dir kommen? Oder kommst du? Ich komme Die sind bei mir gerüftet Die gerüften alle, glaube ich Ach man, jetzt fall ich raus, weil ich auf die Karte gucke Jo, ich verschwende 200 Für den Arsch Wir verkehren uns trotz Ja, Digga! Er ist ein Digga Ja! Hm? Komm, töd mich! Bitte! Komm, wir sind auch noch Gegner Komm, töd uns! Bitte! Bitte, töd mich! Komm, lass uns hier mit dem Ding hoch Geh da rein! Und dann nach ganz oben Ja, den dann, wo ich markiert hab Naja Wie falls da in die Richtung Ey, hier sind diese Winddinger, nimm die mit Nein, ja Das hast du irgendwie Verfahren Äh, nein, wir sind hier Ne, wir sind hier Ne, ich hab nichts Lass sie an, wir sind hier Ey, wollen wir nicht in unser Fisch rein? In unserem Fisch? Nein, die Alle Spieler können das editieren, das scheiße Na gut Du im 1, da geh ich nicht rein Naja, wenn du würdest jetzt alle Spieler Das editieren, dann gerne So, als würde ich immer wieder ein bisschen Holz Ich wollte grad sagen, auf uns wird geschossen, aber das war nur diese Plane Alter, ich grad Panik schrumm, Digga Hä, hast du diese Season noch nicht gewonnen? Hä, was? Hast du diese Season schon gewonnen? Ja, klar, Junge Ja, wie sie benutzt sie den Kleider denn nicht? Wir sind Gegner? Ne, das bist du Ne, warum sollte ich sogar Warum sollte ich Ich hab' meinen Da sind Gegner über uns Hä, über uns Ich sehe sie, ja, ich sehe sie, Alter Gott Wollte mir zu der Stelle, wo du markiert hast oder lieber nicht Nein, lass es neben den Windkanal, lass es neben den Windkanal kämpfen Wo Und wenn ein Gegner kommt, dann ziehen wir durch Ja Du brauchst eigentlich nie mit Stein Warum sollte ich denn mit Stein bauen? Na, damit du nicht hier gleich zwei Schere brauchst du, damit deine Scheiße kaputt ist Aber machen du es Der gewinn ja die Runde sowieso Also von daher Also von daher Wir sehen Ich verlasse, ich muss nur noch X drücken, damit ich verlasse Ja, raus Wie viel hast du zum Bauen? Ich bin raus Wie viel hast du zum Bauen? Rausgegangen, weiß ich nicht Geht's los, sag Ich bin rausgegangen Du bist nicht rausgegangen, ich weiß das Das sehe ich Oh, Gegner, Gegner Und ich auf dich 500, 250, 238 und du bekommst nichts Oh, warte mal Mann Was ist denn? Soll's da weggehen, alter, Junge Geh Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht, aber ich feier mich nur auf, dass du nicht so hochkommst Hihihi 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 Ich hab'n 200er Ping, ich weiß nicht warum Hinter uns kommt Juhu, Karma is a bitch Karma is a bitch, alter Bin ich immer laut oder bin ich leise? Äh, ich hab' sie nichts verändert Aber ja, Digga, guck doch mal, wo er baut, alter Nee Nein Nein, bis nicht mehr laut Leise zu leise Ja Besser Ja Äh Du wirst nicht, du wär'n noch ne Wendung Aber Oder vielleicht hätten sie gedacht, dass wir schon los sind Nein Ah, die Ja, ich hab's aus Stein wieder gebaut Ach, bist du sogar saun, glaub'n Ach, nee Für'n Mensch, die dick ist hier doch Ich hab' dreimal auf die Minimap geguckt Beim dritten Mal hab' ich dann erst geguckt, ob wir saun sind Oh nein Oh no Hä Was soll das Gott Dach zum Dur Alter In Dauern zum Bauern Oh ja, jetzt geht los Und darf ich damit her, die Snider, vielleicht draufsneiden, denn darf ich, darf ich auch, schneiden mit meiner, mit einem Jagdgewehr? Ja Ja, ich weiß nicht Ich hab' ich sehr auch keinen Oh nein Wollen wir weg? Geh' weg, weg, weg Oh ja, klar, gibt der mir den Hit, Alter Kommt, da dann, ja, beurteilt dich dann Einer muss auch Sternfläche Wir müssen jetzt gewinnen, dass wir keine Punkte, dass wir alle Punkte wieder aufgetan Ja Machen wir, easy Oh, die Gegner, komm' mit daher Oder dritter Platz mit drei Punkten Ja, mit Dreckels Dritter Platz mit drei Kills Nur dritter Platz mit drei Den hätten wir zehn Punkte gemacht Danke Guck mal, die töten sich dann, wo wir von Warnabend sind Ach so, du willst Verbände, sagtest du Auch gut, dass du Verbände hast wenigstens was Wenigstens was hat der Kollege Schnürschnurr Wow, ein Verband Gibt die Technikkel Also nicht mehr Verbände Nee, da Ich hab' nur elf Gibt das Jagdgewehr, Alter Gib her Oder krieg' deine Havisnein, bitte Genau, wahrscheinlich wollte jetzt noch jemand neu gestartet, oder? Hä, kriegen wir jetzt keine Punkte wegen dem? Doch, nur, das ist halt Es ist halt immer unterschiede, zwölf Teams Also zwölf Duos nur noch Muss es geben und nicht zwölf Spiele Das wär's, wenn wir jetzt keine Punkte Ja, alle Punkte bekommen wir uns Oh Ich kann nicht auch umzu jemanden Ja, ich will auch jemanden Ich versuch's auch, aber ich bin mir nicht so sicher Ich hab' Angst, dass ich in Snapcast ja Geht da Ah, hier soll'n wir saugen gehen? Danke Ja, 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 lass' das Thema, ich mag hier mal saugen Komm, lass' es auch noch Da So weit, ne? Nein, nicht so boh, boh, boh Nicht, 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 nicht Äh Oh mein Gott Das ist fast die gleiche Stelle wie letztes Mal Wollte ich grad' sagen, hä, hat Hab' ich das so getraumt und es ist der Traum jetzt nicht richtig geworden Oder war das schon passiert? Du hast Die Sorn, die Sorn war wirklich genau Doch, ich hab' mal was geträumt, geträumt und das Du hast grad' gesagt Ja, doch, ich hab' mal was geträumt und dann ist es Bei ein paar Tagen ist es so irgendwie passiert oder so, als hätt' ich irgendwas vorhergesehen oder so Oh, komisch Das ist doch die gleiche Sorn wie beim letzten Mal oder hab' ich jetzt gehört Jaaaa Und wir haben uns Wir haben uns genau hier Wir haben uns genau hier verkemmt Das ist halt echt genau die Stelle, lieber Als Maul war Wenn die Sorn jetzt hier hin, dann ist es genau die gleiche Sorn Ja, dann ist es wirklich genau die gleiche Da ist ein Gegner, komm, lass' es die mal snipen, die sind Kann ich nicht Oder Ja, warte, die sind Oh, kaka Mehr hier so In dein Noch weiter nach da Irgendwo da Ja, ich hab' sie fast getroffen Nein, da, wo ich markiert hab' Da 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 war das Ja, aber Da hab' ich gestorben in dem Haus An dem Haus mich gestorben Ja, ich mein' nie Da, da sind die Gegner Lass' uns die töten Snipen Ja Können wir jetzt hier mal Punkte bekommen? Würde ich feiern Das ist halt echt so, alter Mal sehen, mal sehen, ob der kommt Ja, der kommt Der kommt Der kommt Solo-Wundern jetzt noch von Na, ist das hinzu Oh mein Gott, ich dachte Da sind der Punkte doch Und wir gewinnen das jetzt oder wenn dritter mit drei Kills Also dritter mit drei Kills, also dritter mit drei Kills oder nee Dritter mit drei Kills Oder erster mit drei Kills, das war auch, da hätt' wir 13 Punkte in der Runde gemacht Letzter Kills, vier Punkte, ne, und Pass auf, oh mein Gott, wollen wir gleich, wollen wir gleich so umgehen? Digga, lass' uns jetzt, Zona, lass' uns jetzt, Zona Lass' uns jetzt, Zona Komm hier bei mir, ich Komm ich auch, warum witz' Digga, komm her, ich hab' hier die beste Position Ich hab' die beste Position EU-Westiger, guck' mal, wo ich bin Ich geh' ohne Ort Kommst du auch her? Du musstest hier mal ein bisschen verstärken mit Stein Lass' mal deinen Stein splitten Okay, warte mal, da kommt ein Gegner Blitt mal deinen Stein Warum, ne, nein Ich hab' sechs Steine Dann splitt jetzt die Scheiße Alter, du hast über dir nicht zugeboten Oh Gott, Alter Bist du krank? Bist du ja ein schön kranker Junge Okay, hier haben wir gleich nochmal Holz drin 84 Holzflinke nochmal Wo denn? Ah, ja, da War ich grad' geschossen bei dir? Ich hab' grad' geschossen bei dir Über uns, wort jemand? Ja, ja, ja Über uns, lass' uns los Mach's, mach's Mach, mach auf So, komm' zurück So Pass auf Wir können schon So, jetzt pass' mal auf, ich mach' mal hier kurz auf Ich guck' mal, ob wir welches halten können Da sind Gegner Aber mach' Siehst, was er gebaut wurde? Der muss nicht kommen Hä? Loserhin Der ist ja schon lange aus Warte, 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 warte Ach, kass, warte, 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 warte Komm her, komm her, komm her, ich geb' dir, ich geb' dir ein Dings Ich hab' nicht mehr Aber nimm' die Nimm' die Nimm' die Kannste verwenden mit, ehm Äh, ja Du holst es über uns Nein, da nicht über uns Unter Use die Schattenbombe Die sind Überall, Jumpett, Digga Ja Ja, das war's Hab' ich denn auch gehört Geil' die Glut Vielleicht kommen wir dahin Geil' die Barbarlut Oh Pass auf, auf Freiland brechen Hast du Heavy Sniper, können sie dir? Können sie? Ja, bau' es war Ja, man Nice Was? Sag doch, ich hab's auch immer Ich brauch' ich brauch' Lass mich Lass mich 15 HP, Junge 25 Wir sind ja so Hier, ich hab' sechs Millis da Fliegen Hä? Ja, hab' ich gesehen Find' die Zone, find' die Zone Jetzt musst du noch drei Kills machen, Alter Das ist unmöglich, Mann Doch Aufgekehrt Mach' noch Top 7, mach' noch Top 7, komm' noch Top 7 Mach' noch Top 7 Haben wir doch schon Ach, haben wir schon, geil Er hat nen Whitey bekommen, du? Pass auf, Digga Alter, dass du noch nicht getötet wurdest, ne? So wie du grad' Was? Der da fliegt Ja! Starke, fliegt stark Starke Scheiße, was du da machst Du hast dich nicht geholt, das ist schade Nein, nicht die Wundervierter Nein, nicht die Wundervierter Aber wir haben doch noch mal Ich hab' keine Ahnung gemacht Wie viele Punkte sind? Nein, äh, 270 Okay Also 269, noch mal Ey, hätten wir einen Platz länger überlebt, ne? Hätt' ich den geholt Denn Äh, hätten wir nochmal drei Punkte mehr Äh, zwei Aber trotzdem, mega gute Runden, natürlich Oh, ich hab das noch... Wo sind wir? Oh, ich mach' jetzt erstmal schnell Nudeln, okay? Willst du auch schnell was essen? Äh, jein Also ich guck mal kurz, ob's Essen gibt Äh, bis gleich Ja, äh, komm noch mal Wenn nicht, dann ess' ich jetzt später was Ja, sag' einfach was, wenn du da bist road Ja, komm ich guck mal kurz Ja, ich guck mal kurz Untertitelung des ZDF, 2020 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 da ich mir nicht geholt warum ich finde das ist scheiße ne ich will ihn nicht und ich weiß nicht ganzheit Geld für die Passausgabe vielleicht will ich mir noch vielleicht auch 2.0 das Oboi der erst 2.0 vor allem eher aus 8 jahren ich komme auch die Sonne zu schmerzen 2005 es war ein gutes Jahr ein geiles Jahr das war kein Wort waren wir noch anders da waren wir auch noch nicht so dick du warst du warst du warst du warst du liebte 5 er ist das auf dem h feld von schluss ab Korn hat Elter der Sitzung ist der Wurzeln gelernt haben 3 als Sturm Jungen die Klappe wo ein Weg ich kann nicht sind unter mir und mehr ich habe hat er war ich habe stelle ab da ist es war aber er muss noch einer sein ich habe ich hab's jetzt glaube ich gehört ich hatte eine auf holen alter ich kann auch mit der ich habe gedacht du bist schon da habe ich gedacht aber alt ich weiß aber nicht wo seit dem mitgelandet ist noch das ist ja kann sein wir müssen aufpassen ja ja der kreuz die liegen da das auch heute sagen wir mit 2 8 dass wir beide um den schluss machen okay und nein er auch heute ist erst samstag auch aber auch das ist ein Eizung ich habe ich bin die ganze Zeit heute ist Sonntag weiße und sechs Jahre ich machte gleich Schluss nachher das ist der gleich für Schule bereit ach ja stimmt der Digger das ist ja er braucht scheiß warum weil ich muss für die Klasse aber machen ja ja ich auch und ich schreibe ich schreibe er hat er hat hat sich in den Rats ein ihrer abwärts damit er mit Erwin Strunberg sind die gar nicht länger gegeben konnte das mal weiter im Sprung habe ich die in den letzten Händen im Alter hatte der Film Metz kannst du mir auch mal ein bisschen droppen droppen hier kann es wieder aufnehmen er hier sind Minis falls du mitnehmen kannst also ja also Granatenwerfer das Leben ich habe ich habe voll das heißt er was ich als ist er was ich voll habe es steigen ich habe auch nicht ich steigte ich habe ich auch nicht voll geile Digger haben wir Punkte in der Hattel ein Punkt wenn wir wenn wir das nicht schaffen das ist aber auch ein aber wenn wir das nicht schaffen sind schlicht er hat ach du scheiße das war so gut das ist jetzt einfach ein ist mir scheißegal ich brauche die nachher nicht ist besser als wenn wir jetzt schon ist es schon schon ist dran kaschieren na ist ja natürlich gute deutsch es ist besser als wenn er aus wurde du kannst nicht gut nützt du bist schulke weil ich in deutschland ich habe auch eins m oder nirgendwo aber das ist auch gegner liebste bei diese block alter vor uns immer hat man bei uns gesagt so jetzt zeige ich euch ein blatt aus ein blatt ein blatt der kugel die kugel aus ich weiß es nicht es scheint aber so oder gibt es hier in den modus und wenig mehr doch eigentlich gibt es dir das ist die der 15 verbände und laufe oder was da oben auch mal ein kompletten ja wenn er müsste es noch nicht wissen okay er war ich das ist da ist noch einer glauben jetzt bewegt dich nein bitte hol ihn noch nicht mach ich nicht aber du sollst bewegen ja wir gehen wo wollen wir hin komm ja scheißegal wir gehen auf den berg kommen wir da hoch ja wir gehen da in richtung hin aber wir lasst hier hingehen wegen so ja wir gehen jetzt lass uns mal auf den berg hier lass uns mal auf den berg hier vorne nein das das in den windkanal und dann können wir hier so rumfliegen dann können wir bis da und dann können wir auf den berg ey wir gehen aber in den unteren windkanal ja der ist ja auch vor dem ja das ist ja auch gut dass wir die gemacht haben digga krass die runde könnte richtig geil werden jetzt müssen wir nur noch dritter werden ja und dann haben wir schon mal zehn punkte oder so krass ab 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 dann zu ziehen ab 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 hier raus hier raus hier raus hier raus hier ist am besten hier oben auf den berg hier raus auf der berg auch so das sind immer das komo 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 so ein los warte erst erst wenn ich mir verbände ne ich kann mir Lagerfeuer all das hat ich noch ein Lagerfeuer ich mache Lagerfeuer Lagerfeuer hielt genau 5 Gibt es mir ein Verband Danka du hörst es auch, ne? Belastender Hase Gib mir die Verbände! Ja? Oh Gott! Soll ich's durchziehen oder nicht? Ja, rifte! Oder Jump Paddle Geh nehm den Kanal, nehm den Kanal, du kriegst schon übelst in den Laser Du kriegst übelst in den Laser jetzt Oh, Alter Aber der ist auch so langsam der Gleiter, Alter Also tut mir leid Gebt mir doch noch mehr Hits, Digger Voila, Alter Ist halt so Aber haben die einen Laser gegeben? Händen wir mal dein Dings benutzt, Digger Hey, die finden mich nicht! Ich lieg hier auf, warum? Die finden mich nicht! Die sind zu blöd, um nichts zu finden Ich hab noch ein Mini, ne? Und 1066 Wett Die gehen mir aber nicht hinterher, oder? Nein, die sind zu weit 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 Ja, ich leise Hier komm' Gegner Ich hab' hier Minis gefunden, ich hab' hier Minis gefunden Soll ich lieber Mini oder Verbände mitnehmen? die verbände sind das hier und ein mini kommen wir jetzt schaffen wir es gut gehen im kanal sie dadurch weil die sind die schießen auf da irgendwo welche geht da und dann verkennt sich bei fädel im buschkörper nach fädel komme ich damit gar nicht oder aber die schießen schießen doch da gerade hoffe ich für dich der werde schießen gleich auf mich überwählen kann ich ja dann kannst du nicht dafür du hast mir gesagt immer wenn ich auf dich höre ist das ist falsch da nein gucke die sind aber wirst schon schauen bekommen kurz wie viel ja man hier ihre ich habe verbände geht ja geht klar online da sind auch noch gegner ich habe vor dies bleibt mich jetzt so geben wir jetzt mal so ein der red im headshot der war geben in loskoppelte da ja in loskoppelte noch hätte ich sag es ja in schallach mach aus alter jungen kannst du nicht ich hab nicht mal auf was gibt auch kacka ja die ziehen auch durch mach Feldcamper alarm ja 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 nein 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 warte nu nein 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 du machst es noch nicht du bist daran hallo kann ich bitte mal den Marker wegmachen danke Junge warte mal ich gehe hier runter doch da sind jetzt noch so und jetzt brauchst du den Stein hä wie so leben wir noch so wenig Adi hier steht ne das wirst du da ablegt das wäre es jetzt alter hä ist ne halt wirklich nur noch so viele wie ein Public Leute wahrscheinlich habt ihr auch ein still wie ein Public das wäre auch oh mein Gott das wäre easy clap wird so auf den Fintings gehen oder wird so da unten bleiben wo soll ich denn gehen auf diesen Windstrom da also halt auf dieses Windhaus da unten was ist das nicht kommt zu zahlen bei einem Schneider Sitz aber in der Luft älter und spazier ein bisschen leise ist immer ein bisschen leise alter du bist richtig laut ja auch viel besser hallo man gibt es zu werden Hector der Mann die sind doch dort vor die warten oder darauf dass sie rauskommen Költe ist er er ist da diese diese siehst du das siehst du das es kann auch das Haus der Bruder der St übermesser auch noch ein Gegner Mann da kann ich nicht hin das also auf der Sitzung der Sitzung Heike sagte er muss man der halblich Scheiße, jetzt muss ich raus. Hey, du Bimbo, jetzt komm! um wählen das ist ja man aber 2 heizungen die kommende hätte das keine Tatort doch doch soll ich die Schattenkanat mitnehmen da hat zwei E-N-E-N-E-N-Zweih er hat sich das aufpassen darf noch einer die sind da hinten ja oben drauf sind welcher erwarte ich warte ja bis die zone bei mir kommt dann muss wenn du oben bist ich bin nicht ganz so noch hier bin ich zu machen wer erwartet ich bin mir alles zu machen wenn ich ja stoppt kack alter ich hab mich richtig erschrocken oder der kann da gar nicht baut ich bin ich zittert richtig ich kann nicht bauen an ich hab aber eine Falle auch komplett ja ja krasser ging es doch so kackler und unter mir sind gleich zwei Leute ich weiß dass sie deswegen ja auch oder seine die oder es wird aus zeitlich zu älter Stimmer vor der Macht das ich bin er so weiter aber gerade so und mein Gott Hilfe auch die 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 erstellen und ich auf diesen hakt man es ja warum höre ich auf dich du bimbo älter jetzt einfach mal auf dich nicht gehört egal hätte ich bestimmt auch ein paar punkte gemacht aber nein sie hat er wieder so eine super idee musst du jetzt essen oder was so hallo wenn du jetzt essen gehst ja dann doch mal kurz vorbei flin flin ich muss jetzt auf wir kommen nachher wieder wann 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 mensch wesentlich in einer stunde oder so bis gleich bleibst du parche oder gehst du auf muss auf so leute das was wir heute im live stream das haben wir mal lecker wenn ich der live stream gefallen hat wir haben vier likes geklappt ja leute vier likes in dem live stream haut da rein und schau so so so